Hallöchen, herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Zermetzelns bei Klatsch den Niggis. Klatsch den Niggis, ihr fragt euch jetzt, warum kommen so viele Folgen Klatsch den Niggis? Warum ist das schon die neunte Folge in dieser Staffel? Es ist ganz einfach, wir spielen so lange FIFA, bis Niggis gewinnt. Ohne Witz, ey. Ja, ohne Witz. Kannst du die Uhrzeit mal eben sagen? Sag mal die Uhrzeit. Um gerade 6.15 Uhr morgens. Morgens, ja. Gleich kommt der Vater von der Arbeit und dann gibt es wieder auch die Fresse. Nee, nee. Also hast du bis, ich muss um 12 Uhr in Rubell abonnen. Naja, der Vater steht gleich erstmal auf, oder? Heute oder diese Woche der Nachtschicht. Da holt er den Ball zurück. Gibt es auch diesmal nicht aufs Mord. Hier nur die Aufstellung der Ganggeber. Ich ziehe erst um 17 Uhr nochmal hin. Oh, der ist gut. Ja. Der Torhüter. Der Torhüter hat es ja gut durchgedenkt, also guck mal hier da, guck mal drei Mann. Ja, weil der Sokrates, das ist halt der Grieche, weißt du, sobald dem eine Männerbrust entgegengestreckt wird, muss der beweisen, dass er mehr Haare hat und muss die entgegensetzen. Anstatt sich auf den Ball zu fokussieren. Immer diese frühen Tore, nix. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen für dich, ne? Warum? Alles gut. Wer frühe führt, der stets gewinnt. Ne, wenn ich frühe, stets frühe. Was? Ja, du hast schon gehört. Ne. Wenn ich frühe, frühe, stets frühe. Ja, wenn ich furze. Ja, dann stinkts. Ist korrekt. Dann stinkts. Ja, wir haben ja, komm, wir haben Zeit, Alter. Oh, lol. Steht ja einer. Steht ja einer, willst du mich verarschen? Ist das auch voll offensiv, oder was? Ja, mein nix, da muss man mal offensiv spielen. Muss man mal reinstellen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Und abgefangen. Ähm, um die Zeit. 14. Minute. Wir haben die Zeit. 14. Minute. Ja, wird mal gut. Sokratis. Sokratis. Hacke, Sokratis. Komm. Komm. Nicht. Akkumitz. Wo ist der fiel denn da, Junge? Ecke. Der Eckball-Simulator. Sokratis. Gut gemacht. Nein. Da passt auf. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Nein. Da verlieren sie den Ball. Lewandowski jetzt. Was denn? Was denn? Hm. Kommt doch da tatsächlich noch eine Verteilungslinie. Hinter dem eigenen 16er. Beim Konter. Sehr defensiv. Wenn ich es jetzt. Sag ich dir doch nicht. Das ist genau die Länge der Abschlüsse, die ich brauche. Bößen. Abschläge. Weg mit dem Hauen. Kack. Jetzt wird's gefährlich. Boah, fuck. War schön gespielt. So was baut mich ja auf. Das sind ja so die Momente, wo ich dann sage, ja gut, ich komme durch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Lächerlich. Nein. Lächerlich. Jetzt geht's ab. Was? Jetzt geht's ab. Boah. Ich wollte schon. Ja, okay. Abseits hätte er mir da einen Foul gepfiffen. Dann wäre jetzt hier... Feierabend. Feierabend. Wieder duftet. Heißt halt vielleicht Feierabend hier von der Glacinigis. Da wärst du echt glücklich drüber, ne? Wenn es nicht zweistellig wird, ne? Boah, ja. Dann wird es nicht der Rekord. Ich glaube zweistellig, ne? Zehn. Weiß ich nicht, aber so viele Folgen. Hallo, das ist ein Foul. Schiri. Das ist halt Niggis. Da wird jetzt das Ding knallhart nach außen geschleudert. Ja. Stark, Emil. Niggis, dir ist doch bewusst, dass du das nicht durchhalten kannst. Was sagst du? Das ist möglich. Wenn du wild bist. Mach doch einen vernünftigen Pass, Leber. Du wirst spätestens in der zweiten Halbzeit nervös. Du bist doch jetzt schon am Flattern. Wie eine Weihnachtsgans. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Kein Eckball hier, sondern einfach richtig entschieden. Auch wenn es knapp ist. Timo kann nicht werfen. Timo, gib den Ball ab. Zur Not habe ich ja nur einen Joker. Ja, aber wenn du den dafür einsetzen willst. Will ich niemals tun. Der nehme ich eigentlich auch schon mal raus, der Joker. Der Karimler ist halt aber auch schnell, du, ey. Über den ganzen Platz laufen hier. Oh, fuck. Oh, starker Pass. Oh, Junge, der ist so reingewixt worden. Nein, 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 nein. Ja, Junge. Oh, Karim, 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 der Karim. Ich hätte nicht gedacht, dass der reingeht, ne? Oh, Junge. Ich kam halt nicht hin, ne? Glückwunsch. Ja, ja. Das darfst du nach dem Spiel sagen. Ne, ich gebe dir jetzt schon die Props. Spiels ja auch gerade gut. Ich spiele richtig gut, ne? Ja, richtig auf Schiss. Ja, wird jetzt gleich gewechselt, Freunde. Guck mal, Schüsse, null Schüsse bei der Fortuna. Wohl. 2-0 zur Halbzeit. 2-0, Junge. 2-0, Junge. Ja, guck mal, Zweikämpfe 0-7, ja, ja. Abseits hast du auch schon eins gehabt. Direkt alles. Schussgenauigkeit 0%. Ja, wird direkt alles ausgewechselt, was hier an Feuerkraft vorhanden ist. Da kommt alles rein. Messi, Aubameyang und Robben. Hallo. So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie in den richtigen Spiegel gekommen. Also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Boah, das macht er mit Messi nur einmal, ne? Ist egal. Gutes Tagling. Das gibt... Meiner Schiri. Nö. Einwurf sofort ausgeführt. Robin. Messi. Besonders gerne scheint Lionel Messi ja... Sehr schön. Klassico, also im Duell Barca gegen Real aufzulaufen. Ja, Rekord-Torschütze in diesem prestigeträchtigen Duell. Aber nicht nur dort, sondern auch insgesamt... Ah, fuck. Leute, wir gehen auch so weit von auf die Zeit. Könnt's mal machen. Na ja, auch. Da steht die Abwehr sicher. Das war Knabwerfen. So ein starker Einwurf. Aber Timo kann nicht einwerfen. Der kann nicht einwerfen. Hallo, kommt da mal einer. Könnt man einen, oder? Scheiße, Timo kann doch einwerfen. Fuck. Und dann so... Ja. Ah, nix. Ah, gut. Nein, der ist so schnell. Warum ist der so schnell? Wo geht's aber? Nein, 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 nein. Jawohl, jawohl, jawohl. Was ist das denn, Alter? Willst du mich verarschen? Aber wer ist das denn? Ich erhuren zu runter. Er fängt den. Oh ja. Leute, die Spannung ist wieder da. Was ist das für ein Tor? Was ist das für ein Tor? Ja. Die Fortuna. Das ist halt Karma. Wenn du halt so hier so ranzig auf Zeit spielen willst, dann kriegst du eine Quittung. Das ist nicht ranzig, das ist völlig gezogen. Ja, aber das funktioniert bei FIFA nicht. Guck mal, wie Lewandowski den Belarabi einholt. Übrigens, der ist schnell hier, ne, der Junge? Ja. Verdoller Junge. Messi ist verletzt. Er passt ihn auf den Flügel. Und jetzt Müller, sie suchen die Lücke. Scheiße, das ist fucking Fouler. Thomas Müller! Ist das geil. Du hast das eh gelacht. Ohne Scheiß, dieses Abschirmen ist so hart. Vor allem gerade im Strafraum, wenn du das machst, ist es hier, ohne Witz, da willst du halt nicht den, wenn du da ein Fall bist. Du kannst halt den Schritt machen, das hast du Regen-Elber. Thomas Müller, ey. Oh, Mann. Ach ja. Haben wir schon die 80. Minute? Nein. Piss dich, Junge. Den kannst du erstmal festhalten, Leno. Ist dein Freund, merkt er das. Weg. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Mejango, hilfst hinten mit. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Die Flanke holt sich der Verteidiger, dabei kam sie eigentlich gut rein. Der Schiss ist da. Der Schiss ist da. Und ich muss sagen, ich will auch gewinnen. Also jetzt ist, jetzt werde ich wahrscheinlich mal in der Folge mal ein bisschen ruhiger sein. Gut, Niggas ist eh schon angespannt wie, äh, mit Katze. Ja, wie eine Weinkönigin hier vor der Verköstigung. Was? Jungen, wenn du bis nach Usbekistan läufst, du läufst hinten nach hinten. Ah, wir haben ja hier noch eine Linie, du. Lauf. 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 Sehr gut hier. Das hat doch kein Upset, oder? Wie der Balkaner hätte, könnte doch gar keine Zeit gehabt. Komm, wo ich gar nicht hin? Wollt ja gar nicht hin. Komm, komm, komm. Einfach nur aus. Aus ist gut. Das ist Zeit. Warum kämpfen? Aus. Aus. Wie es zu duschen. Ey, war er rot. Voll im Mittelkreis. Alter, eng hier, ey. Komm, Naldo. Ja, der Naldo weiß halt, wo er hinten laufen muss. Ecke ist immer scheiße, du. Aber ich führe ja 3-1. Geht mal weg hier alle. Ja, ich komme von hinten hier. Weg. Wie der Giefer. Wir haben schon in 2 Minuten, haben wir schon Spiel. wieder gedreht von, ne? Das ist alles. Das weiß der Niges auch. Das ist das Schöne. Ja, das weiß der Niges. Er hat draus gelernt. Warum? Länger und schneller nach vorne. Er hat den Ball verauf. Oh, schau. Ohne Scheiße. Ich drehe mich schon so, weil ich genau wusste, dass diese Fotzengräte kommen wird. Das ist der Gegner. Ach, nee, Niges. Was denn? Ich will jetzt nicht. Ist das faul? Das ist das faul. Weißt du, ich will jetzt nicht. Nein. Danke, Niges. 4-1 wäre echt hart geworden, ne? Wir haben die 84. Leute. Jetzt sehe ich jetzt aus. Timo kann halt nicht mehr. Der Ball hat noch einen Ball. Der Ball hat noch einen Ball. Oh, böse Frau. Das ist egal, es gibt Nachspielzeit. Das ist alles okay. Nachspielzeit brauchen wir. Wir brauchen einen zweiten Schützen hier vorne. Hallo. Na ja. Da können wir dreimal davon ausgehen. Hallo. Bis dahinten noch immer. Da kriege ich da auch den Lewandowski. Junge, er war... Hallo, hallo, hallo. Da muss man mal reingehen jetzt hier. Ruhig mal eine Karte riskieren. Ja, hui. Hier, Robben, Kuss, gell? Und zack, 89. Minute läuft. Ja, Freunde, ich glaube, das war's. Ah, ist das schön. Ja, das war's, Freunde. 2 Tore kriege ich da nicht mehr. Richter nimmt mehr, ja. Selbst ein Tor, so wie er momentan spielt. Ja, hat er clever runtergespielt, das Schwein. Ja, das funktioniert einiges. Das brauchst du gar nicht versuchen. Hammer. Oh, Leute, guck dir das an, ja? Das ist Schlagkrieger. Musst du halt einfach mal assi spielen. Ist mir scheißegal, aber wenn du einfach... Mit der Folge war das neunte, ja? Ja, Mann! Und ich habe, muss man dazu sagen, auch noch in der Folge, richtig wenig Torschancen gehabt. Also, Niggis hat... Eine? ...gut gespielt. Niggis hat echt gut gespielt. Ihr Schüsse für... Oh, okay. Ja, es waren schon zwei Sachen bei, wo der Schuss von Messi... Aber, naja. Herzlichen Glückwunsch, Niggis. Neunte Folge. Vielen Dank. Niggis hat klatscht, Niggis beendet. Ach, ist halt schön. Boah, ey. Ist so ein gutes Gefühl, ne? Ja. In dem Sinne. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, schreibt die Kommentare. Tschüss. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, schreibt die Kommentare.